jetzt aber schauen wir mal schauen wir mal was wird das wird wo sind wir denn hier gibt es befestigt die türen ich erinnere mich wir haben hier einen dude und wir haben sie mit der hauptquests theoretisch eigentlich wäre es was sinnvoll zu überlegen die hauptquests weiter zu machen um wieder in das gebiet zurück zu können um vielleicht das andere abzuschließen und oder ds zu machen aber ich nehme den mongolen haben ein meister gezwungen für kotun kahn höchst persönlich eine rüstung zu schmieden nicht nur unsere heimat sondern steht noch das handwerksgeschick unserer leute als die rüstung fertig war nutzte mein meister die chance zur flucht er machte der rüstung davon und wo ist es er versteckte zwei teile auf verschiedenen gehöften weit voneinander entfernt die anderen die mongolen haben sie die fadbaren meister bevor den rest versteckt als er sich weigerte die fundorte der fehlenden teile preiszugeben richteten sie ihn hin ich finde alle teile dieser rüstung und reche den trocken das klingt aufwendig er wäre geehrt würdet ihr die rüstung tragen mein herr bringt mir die teile zurück und ich werde sie für euch anpassen mhm vielleicht machen wir doch aus der obgasse ich bin mir nicht sicher ob das nicht weniger aufwendig ist um ehrlich zu sein dem kahn angemessen aber wir sind doch nicht der kahn die rüstung wird uns angemessen sein oh gott will ich wissen vier vier orte natürlich natürlich aber ich meine das sind vier vier von 15 direkt ne you know what yolo so so ein ding wir machen das jetzt wir werden unterwegs sachen finden dafür ein lustiger ausflug bist du denn auch nach oben glaub schon vier krieger jajaja fertig mal gucken wie viele vögel wir unterwegs zu tun haben ich weiß nicht ob ich das nicht mehr auf dem schirm habe aber was ich noch länger als vögel nicht gesehen hatte hallo vogel also ich hatte letztes mal schon wieder welche gesehen aber sind da oben ist es doch ist das ein baumbostand sind ach guck mal die zürbenden grillen das ist das letzte ding oder das war doch mit flammen der letzte skill schul mir war noch nie so kalt in wärmerer gegend wärt ihr besser dran ihr aber auch mein herr doch ja aber wir haben ja sachen zu tun das erste zu mir ans feuer und hört euch die geschichte dieses berges an okay vielleicht ist es doch nicht die mit dem feuer dings vor langer zeit viel feuer vom himmel vielleicht auch schon auf den yogaku berg ein einziger krieger wagte den gefährlichen aufstieg und fand einen riesigen fels in flammen gehüllt ist das vielleicht ein vulkan der berg er hielt sein schwert in das feuer flammen züngelten um den stahl doch er selbst blieb unversehrt er erschuf einen neuen kampfstil den er den weg der flammen hallo der krieger nahm viel erfolg bei was auch immer sie tun dort suchte er bei mönchen und gelehrten antworten über seine herkunft nach monatelangen reisen und forschungen viel erneut feuer vom himmel natürlich er führte die menschen hin um ihnen die angst davor zu nehmen denn er hielt den weg der flamme für ein geschenk des himmels und erteilte die geheimnisse mit allen die lernbegierig waren wahrscheinlich auch mit allen die es nicht wissen wollten über die generationen weitergegeben ist der weg der flamme nach tsushima zurückgekehrt die mongolen setzen ihn gegen unser volk ein doch angeblich brennt das feuer noch immer auf uns und wartet auf den der den aufstieg überlebt also auf uns ihr wollt also wissen ob die geschichte wahr ist wagt ihr euch hinauf ich nicht mein herr aber ihr ich erzählte die geschichte kürzlich einem ronin und er wagte den aufstieg doch ich fürchte die kälte wird ihn überwältigen hier rios haben wir hingerichtet laut die unsterbliche flamme na gut dann machen wir das nebenher und wir machen jetzt alles gleichzeitig lol ich sehe schon wir wir machen erst alles wir machen das die jetzt hier als letztes wenn das so weitergeht aber dann ist das so macht ja nix no das wird jetzt dem feuer folgen oder wie die den feuern wie auch immer hm das wird kälter was ist das ein wolf ein hund ich bin wärmer bald oh das ist wirklich kalt die kälte wird bald zu viel deswegen muss ich zufeuern lol ok ok i get it i get it i get it i get it ok ok aber wo muss ich denn jetzt hin wahrscheinlich da weiter ja da oben ist eins ok nicht gut ah wir wärmen uns kurz nochmal auf just in case ging grad auch gut mit umgucken und so so dann sehe ich halt auch ein bisschen mehr das problem ist wenn ich den weg nicht kenne ist das mit kälte ein bisschen schwieriger weil halt unübersichtlich und so ne ja ist doch schon da ein vogel hm keine ahnung ah ne ist der wind der pfeift ok jetzt mal definitiv noch umgucken zum feuerwald reisen schon ein zeitaufwand nur ein bisschen oh da ist ja noch einer hallo so da hoch ich würde es vermuten so kalt das ist doch feuer beruhigen sie sich ah hallo guck mal ich schaffe es nicht ach das tut ja rohnen oder ruht euch am feuer aus mein herr ach danke geht es euch gut mein stolz schmerzt mehr als mein körper der berg ist erbarmungslos was hofft ihr auf dem gipfel zu finden antworten macht irgendetwas ein flammenschwert wäre an solch einem ort von nutzen ja runterwärts hast du vielleicht eins ihr besiegt den berg bestimmt viel glück mein herr easy 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 ich weiß nicht ob das die richtige richtung ist ich glaube es ist nicht die richtige richtung nö ich glaube es ist die falsche richtung ich glaube es ist die falsche richtung die kälte wird bald zu viel oh gos 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 oh god wo ist er hin dann doch da hoch wo ist der dud hin Der Dude ist weg Viel Erfolg Da maybe Also Kletterding Sie sieht jetzt eher noch Okay Hallo Ich bin jetzt einfach Yolo Weil ich dachte da muss ja irgendwo ein Grifting sein Aber da war keins Ah da, da links Ich seh's Oh Gott Das war er, oder? Ich seh Ich muss das mal anzünden Nur ein bisschen ausruhen, bestimmt Ach guck mal Ich dachte er schafft's nicht So, jetzt können wir gucken was das mit dem Dokument auf sich hatte Wie jene die Flamme zuerst fanden Wie jene die Flamme zuerst fanden Dann könnte ich die Macht des Feuers in meinem Kampf gegen die Mongolen nutzen Ah, ich dachte ich kann auf der rechten Seite ein bisschen, oder? Das war bodenlos Das war bodenlos Wirklich Das wird springvergessen Meine Güte, was denn ist los? Die Wärme wird's hier oben kaum werden, ne? Ich muss mich aufwärmen Das Lager vorher ist meine einzige Hoffnung Halber Fritz Meinecke Ach guck mal Der Schlaf nähert sich Ich sinke langsam tiefer Kälter Träger Tod Da hoch Probably Ich meine, wir versuchen den Berg zu erklimmern Also oben immer gut, ne? Ich muss mich aufwärmen Ich versuche Ich versuche Ich versuche Oh Gott, da ist ein Bär Ich brauche bald ein Feuer Ich brauche bald ein Feuer Rechts nach links, rechts nach links, rechts nach links Muss die Seite sein Oh Gott, oh Gott Hier hat jemand ein Dojo gebaut Oh Guck mal, hier ist auch komischerweise wärmer, wa? Ganz komisch Ganz komisch Ich meine, gut, hier sind überall Flamme, ne? I get it Willkommen, mein Herr Nett mich Betomaru Wen? Was? Jin Sakai Ich hatte hier oben niemanden erwartet Ich fragte mich, ob irgendjemand den Aufstieg schafft Ihr sucht den Weg der Flamme Yes Invasoren aus dem Westen mit Ronsushima mit Flammenschwertern Sie bringen das Geschenk Von meinem Vorfahren mit zurück Lehrt mich Betomaru Ein Samurai wird den Mongolen die wahre Macht eures Wegs zeigen Machen wir so Komm Nehmt euch einen Stein Und wir kämpfen gegeneinander Was? Nur so könnt ihr den Weg der Flamme erlernen Stein? Entschuldigung Okay Okay Wir bewerfen uns mit Stein Oder so Da, da vorne ist ein Stein Ich bin verwirrt Ein Stein Aber wieso jetzt der Stein? Hä? Ich bin so verwirrt Was das jetzt mit dem Stein auf sich hat Na komm Easy game Easy life Kling Oh damn Okay 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 Und nun, schlagt euer Schwert gegen euren Stein. Oha! Der ist crazy der Dude, holy shit! Der Kampf endet hier, mein Herr. Gut. Der Weg der Flamme ist nicht für spielerische Kämpfe. Ich werde ihn gegen Tsushimas Feinde einsetzen. Ihr habt den Weg der Flamme erlernt. Vergesst nie, dass er ein Geschenk ist, das vom Himmel fiel, Fürst Sakai. Okay. Also, der hat uns jetzt quasi gesagt, wie ein Feuerstein funktioniert, ja? Ah, das ist unser R1-Ding, ja, ja, ja. Ich verstehe, ich verstehe. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück zu dem Dude, oder? Ach, vielleicht könntest du das auch noch upgraden. Vielleicht. Ne, warte. Da vorne war doch auch noch ein Stamm. Krieg ich vielleicht da drunter? Ja. Da achte ich mir doch. So. Ist der noch da? Ist der weg? Doch, der ist noch da. Der ist noch da. Sehr gut. Ihr seid wohlbehalten zurück. Na klar. Na klar. Der Aufstieg war tückisch. Doch ich habe den Weg der Flamme erlernt. Er ist unbändig und mächtig, mein Herr. Passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Der Weg der Flamme wird nur die Mongolia... Du, dass ich mich da oben sehen sollen. Die ganze Zeit gebrannt. Lol. Geschichtenerzähler. Das waren alle? Habe ich alle Mühe? Da waren doch noch welche offen, oder nicht? Hat er nicht noch welche offen? Entschuldigung, war wieder zu früh. Ähm, so wir haben noch einen Skin. Glaube ich. Das hier. Okay. Sieht aus wie ein Koi. Ein bisschen. Hat was zu bekommen. Oh. Oh. In weiß. Ähm. Ne. Hier gibt es doch noch zwei. Ah. Okay. Weil das... Die sind auf der Insel. Das sind die jetzt hier. Erkunde Iki. Ja. Deswegen. Wir haben die auf der Halbinsel. Die haben wir alle. Ähm. Okay. Okay. Genau. Jetzt haben wir hier auch alle. Ähm. Das einzige was wir jetzt noch freischalten können ist äh das Ding jetzt hier. Deshalb werde ich erst mal den Technikpunkt nicht einsetzen. Tatsächlich. So. Aber. Wir holen dahin. Immer noch kein Bambus verkauf ne. Will mir gerade sein. Blumen. Nein. Ach man. Jetzt sind alle Blumen immer hier Giftdinger oder so. Ist auch bescheuert. Okay. Ah. Vögelchen. Wo geht's lang? Ich sehe. Ich sehe. Okay. Dann. Dann. Ab nach oben. Ist das schon kalte oben? Könnte heiße Quelle wäre cool da oder? Kalter Berg. Heiße Quelle ist bestimmt entspannt dann. Ne. Ist eine Säule der Erde. Da oben ist irgendwas. Was? Gucken wir auch gleich hin. Da. Gucken wir auch gleich hin. Tanuki Schweif. Mann. Da oben ist das Dojo. Oder ist das Einzellagefeuer gewesen? Mann. Mann. Wir haben keinen. Kein Vögeli da. Könnte auch Einzellagefeuer gewesen sein. I'm not sure. Hallo. Ich wollte gerade sagen. Geh doch da hoch. Da. Irgendeine Baumbrücke habe ich doch gesehen vorhin oder? Ja. Als ich geklettert bin. Glaube ich. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Lager. Wir gucken mal kurz hin. Das ist aber kein Lagerfeuer. Ich bin... Hä? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Auch weil dieser Link 7 Milliarden äh Zeichen lang ist. Ich komme sofort. Okay. Ich glaube hier war ich mit... Äh. Ich aus dem Berg hochgeklettert bin. Bin ich ehrlich. Gehen wir da runter. Sich runterladen. Nur das letzte. Die Taste tue es nicht cool. Oder das Ding. Wieso? Okay. Ich frag nur. Ja dann guck doch was es kostet. Oder willst du es lieber nicht wissen. Gibt es so ein cooles für 20 Euro bei Mediamarkt? Ist doch nicht releaset das so. Aber gut wenn es was ist was noch nicht releaset ist aber angekündigt ist dann... Save 150 oder so. Sachen die die announced werden. Also von den Releasern dazu sind doch Save eigentlich immer teuer oder? Töte General Dokshin. Äh. Will ich irgendwie hinkommen? Boah. Das ist ein Yolo Move. Pass auf. So. Ha. Okay. Äh. Viel Erfolg. Da komm ich nur runter. Ob die krass sind? Die sehen schon krass aus ne? Bin ich ehrlich. Meinst du nicht. Mal. Amぉ. Nämlich vergiftet der eine oder was? Oha, kann ich sie benutzen? Oh yeah! Vergiften die mich oder was ist hier los? Von wo schießen die? Von unten. Sag mal, alle Legolas in Ausbildung oder was? Dann halt so. Digger, ihr Hunde, ganz ehrlich. Ich flippe aus. Warum es denn du ist her? Jetzt schon wieder einer her. Meine Güte. So, jetzt maybe? Wo gibt's die Dudes? Sehr schön. Oh Gott, kommen wir so weit? Ja, easy. Ist die leer? Wie können die leer sein? Die waren doch sonst immer unleerbar. Bodenlos. Was? Wo denn los? Will ich da drauf reingucken? Achso, war im Pfeil. So. So. Schön. Ich dachte schon, bei denen ist alles giftig, weil vorhin das Schwert oder der eine Schilter hat mir gerade auch irgendwie grün geleuchtet hat. So. Den exekuten wir. Of course. Sperr-Dude. Super Kick. Zack. In dem Gelände. Den wird sicherlich Vorräte oder sowas geben, aber ich meine ich sehe kein Gelühwümchen. Das ist wahrscheinlich nichts, was super crazy ist. Super crazy. Was? Banner? Hat aber ein Banner. Na dann. Dann hab ich nichts gesagt. Dup tu du 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 duuuuuuuuuuuu. Tschiu. Bye. Di chillt eine. Tschiu. Tschüs. Tschüs Sikowski. Hm. Nö, 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 nö. Guck mal, den krieg ich auch. Easy. Snack. Okay, da vorne ist ein Huni, ansonsten haben wir hier schon alle. Okay, also gucke ich jetzt eher nach Bannern eigentlich. Na gut, die werden mir irgendwann angezeigt, ne, aber... Trotzedain. Finden muss ich sie ja trotzdem. Na guck mal, na guck mal. Da ist doch eins. Ein Artefakt auch noch. Sehr, sehr schön. Aufzeichnungen, glaube ich, auch noch. Das ist ja mal... Das ist mal ein Sail-To. Na guck mal. Als ob der schneller war als ich. Das verboten ist. Was war bodenlos? Ich weiß auch nicht, wo der General ist, irgendwie, ne? Soll doch den General hier töten. Ist hier überhaupt noch jemand? Ist hier überhaupt noch jemandes? Da oben sind noch zwei. Können ich mal eben snacken? Ist hier noch was? Ne. Kommt er hoch? Ne. Leider nein. Aber war nix. Hat er gerade gesagt, mein Schwein pfeift? Ah, guck mal, da ist noch einer. Hallo, ich komme mal hoch, ja? Ist jetzt schlecht. Oh, jetzt ist ein bisschen Patz-Situation. Das ist ja gar nix. Ich dachte, der Dude hat da oben irgendwas. Der Janischt, ihr habt. Dem Zelt waren wir noch nicht. Man macht's ja ja schon die ganze Zeit im Bild. Ich versuche es zu ignorieren, aber es geht nicht. Ah, 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 ah. Ah, ah so. Ich dachte, da war was. Stahl. Bisschen Karsten. Und hier noch was. Ein bisschen. So, da oben waren wir. Dann müssen wir jetzt da links. ach guck mal das ist doch eine haupthalle oder sowas dass aber da keiner drin ist also sieht aus wie eine haupthalle ich glaube es ist gar keine ich glaube es ist einfach nur ein lager sehr cool na gut und snicken wir den snicken wir den wenn kein hund in der näher ist vielleicht schaffen wir vielleicht sogar beide warte du bist auch noch einer können wir auch noch schaffen ja mach du mal leder bitteschön mach du mal ok da unten ist da noch einer ich glaube hier oben haben wir gerade alle ohne dass sie gewittert natürlich natürlich das ist bestimmt auch kein schlechtes zeichen ne 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 gar nicht ich werde schon irgendwann nochmal den konterpunkt für spärkämpfe rauskriegen ne irgendwann wo ist er da da steht er du kleiner hund wo ist jetzt der grandmaster gewesen irgendwie habe ich den nicht gefunden ne da oben steht eins ok machen wir da oben nicht schon da links soll eins sein ok da da das decken wir uns durch die wand ne nicht da unten oder alter da ist ja bodenlos das da unten ist frisch das ist frisch ähm schwarzpulverbums da ich weiß nicht warum uns das in der einen base am anfang damals nicht angezeigt wurde ne keine ahnung das war seitdem auch nie wieder das war nur diese eine base am anfang mal da ist achtung bin schöner explodiert wagen ich renne weg aber das ganze lage brennt ab ah jetzt kommt der master oder was das weird ich habe dich alle getötet na gut na gut na gut na gut Hallo, was willst du? Fighten, ne? Ja. Machen wir. Gar kein Ding. Gar kein Ding, Bruder. Kling. Ach, kein Ding. LOL. So, er ist aber noch ein bisschen Damage hier. Jawollo. Halt er sich? Nicht treten. Nö. Nö. General, dog shit. Den schaff ich noch. Nicht so. Aha. So, jetzt aber. Das muss ein Teil der Rüstung für Kurt und Khan sein. Let's go. Gang gang. Töte General Doc Shin. Haben wir gemacht. Oh, ich habe noch einen Technikpunkt bekommen. Bonus Technikpunkt. Ich glaube, ich habe noch etwas gestochen. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Und zwei Gold. Cool. Chill Pferd. Das nicht meins ist. Chill. Na, guck mal. Fragezeichen. Langs. Die Richtung. Scheint so. Dann. Auf, auf und davon. Ja. 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 Gott. Ah, guck mal. Eine Sreppe. Hö? Gehört das da dazu? Zu dem Lager? Was denn hier? Hö? Wo kommt denn die Siedlung her? Plötzlich halbe Siedlung aufgetaucht. War ich doch die ganze Zeit da? Also. Probably. Sass. Hier ist nix. Hier ist gar nix. Gar nix. Okay. Wir müssen irgendwie hoch. Irgendwie hoch. Da geht es irgendwie hoch. Oder? Ach, da drüber wahrscheinlich. Ja. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ist ja gefühlt challenging hier das Klettern. Muss man einfach mal gucken wo man hochkommt. Okay. Wir müssen noch weiter nach oben, ne? Yes. Oder? Wir können auch hier laufen. Ach. Okay. Tore. Interesting. Gegner. Die ignoriere ich tatsächlich. Ja. Irgendwie laufen wir so halb drauf zu. Ein Fuchsbau. Hallo Fuchsi. Wir können mal gucken ob die Tore vielleicht sogar nach so einem Schrein führen. Das kann doch ja auch noch sein. Hallo. Aber das da rechts oben ist das Dojo was wir da sehen, ne? Glaube ich. Aber da links auch treppen. Ah guck mal da drüben ist der Schrein. Ja. Ich seh den Schrein. Mehr Schrein als Schein. Ach Bärchen. Das muss jetzt nicht sein oder? Wir gehen das da durch. Wir flüchten vor den Bären. Wo sind? Fuchsi? Ah da. Oha. Digga wo ist denn der Schrein? Das ist am Arsch der Welt. Alter Schwede. Einfach diese andere Schrein. Aber das ist der andere Schrein. Haben wir da ein Upgrade? Könnte noch. Ja. Ja. Sehr schön. So und jetzt wollen wir da rüber, wa? Geht sie jetzt runter? Geht sie runter? Na. Auch ein bisschen hoch. Vielleicht ab bisschen hoch. Guck mal. Snacken wir auf den Bären. Wir ambushen jetzt den Bären. Okay. Na wo meins. Jut. Ist der Bär kurz gegetet? Bin ich ehrlich? Hat er uns kurz gegetet? Schon wieder gegnerts. Ich wollte schon sagen, es sind noch mehr Bären. Aber das sind Gegnerts. Das schüsse ich mich gar nicht so. Wir folgen den Ton. Wir wollen zum Schrein. Okay. Die Kutsche davon. Wir wollen zum Schrein. Wir machen mal vielleicht. Die steht irgendwie im Weg. Hallo. I bimste neu. 1, 2, 3, 4, 5. Die könnten wir schaffen. In der Herausforderung. Wenn das alle sind. Easy. Sehr schön. Jawohl. Jetzt können wir das Pferd gleich nicht mehr nutzen. Wahrscheinlich. Schneespitzen Schrein. Blumen. Wahrscheinlich wieder nur so Giftblumen oder so. Ja. Gibt es noch normale Blumen jetzt? Gefühlt gibt es jetzt keine mehr, ne? Okay. Den Start haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Wenn man mal den Anfang gefunden hat, ist gefühlt schon durch, ne? Bei den Schreinen. Das letzte Mal, als ich sowas gesagt habe, über den Schrein habe ich 20 Minuten gesucht. Da. Ich wollte schon sagen, es geht schon wieder los. Da noch nicht. Äh, Entschuldigung. Ist aber safe von da, oder? Wo, wo bin ich? Da. Also, ich bin mir fast sicher, dass man von da jumpen muss. Klar könnte ich da rüber, aber... Hä? Jawohl. So safe ist das gar nicht. Mir sagt nicht, dass ich in die andere Richtung muss. Ja. Ja. Und dann von oben da nochmal hinkommen. Ja. Yes. So nehme ich von hier zum Beispiel. Vorräte. Alter. Die nehmen wir mit. Weil wir auch dringend Vorräte brauchen. Lol. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Blumen muss ich mitnehmen. Jetzt, wo ich gerade noch davon hatte, dass wir gefühlt keine Blumen finden, kann ich die nicht liegen lassen. So, da durch. Vorräte, da durch. Ich. Wie rummelt der denn so? Der Genie. Oh Gott. Gefälligstes Ding hier. Holy shit. Gefälligstes Ding hier. Sehr, sehr, sehr schön. Da hinten sieht Holz. Das nehmen wir noch mit natürlich. Talisman von Taki, Taki, Tugi, Tugi. Okay, da unten ist noch ein Freizeichen. Wo links? Da lang. Okay. Komm ich hier runter? Ich komm da irgendwie runter. Aber nicht super weit, ne? Gibt es da auch einen D-Spawnpunkt? Ja. Ich hätte mich natürlich auch einfach porten können. Das wäre auch eine Variante gewesen. Man kann sie ja immer zum Eingang porten. Wahrscheinlich gibt es die deshalb. Wuchsbar? Ja. Welche Dichtung bist du Fuchsi? Also wenn du jetzt nach da vorne gehst, wollte ich gerade sagen, da müssen wir kämpfen. Da lang ist gut. Und wir klettern wieder. Natürlich. Da drüben ist ein schwarzer Punkt. Ich glaube aber das ist Zufall. Ich glaube das hat nichts mit dem Fuchsbau zu tun. Also mit dem Schrein. Fahren wir da gerade schon? Hätten wir ihn gerade sehen können auf dem Weg zum Schrein? Ne, ne? Da ist er. Ich meine wir sind auch in der Nähe vom Schrein, ne? Aber ich glaube wir sind an einem anderen Teil vom Berg. Auf dem anderen Ring oder wie auch immer. Oder an einer Plattform. Danke schön Fuchsi. Kein gelber Vogel, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nein. Dann gehen wir noch mal kurz hierhin zurück. Und gehen von da aus, äh da hin zum anderen Flugzeug. Ich fordere es wieder durch die halbe Pampa. Weil hier halt aber auch sehr kletter... ...lastig ist, ne? Macht es jetzt nicht einfacher. Bin ich ehrlich. Ist hier noch was? Ne. Ach, das sieht das die Scheune von hinten. Nevermind. Was weht da? Säule der Erde. Irgendwas weht da. Oder einfach nur ein Hut. Ein Legenden-Arzähler. Nevermind. Ein Legenden-Arzähler. Na gut. Dann, ähm... Gehen wir weiter da lang, ne? Können wir ganz kurz hier alles durchgucken. Das Töten eines Gegners wird ein paar Sekunden lang den Nahkampfschaden geringfügig. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nicht so der Fan von. Artefakte. Ach guck mal. Wir haben wieder Belohnung von Banner. Die hatten wir alle, ne? Teil einer mongolischen Rüstung. Ja gut. Ach, das wie mit den Schlüsseln eigentlich, ne? Wie mit den Schlüsseln für die andere Richtung. Äh, für die andere Rüstung. Ongon. Laut traditioneller mongolischer Mythologie glaubt man, dass alle Schamanen nach dem Tod zu wandernden Geistern werden. Den Ongon. Es ist Brauch innerhalb von drei Jahren nach dem Tod eines Schamanen eine gewaltige Figur anzufertigen und entweder zu Hause, Haus Ongon, oder draußen an einem geschützten Ort, Feld Ongon, aufzustellen. Ah, da war noch nicht alles. Schein haben wir... Ach, Aufzeichnung. Wir sprechen mit einem Kahn 9. Das Interview geht weiter. Ahem. Ich kann mir die Bürde, die einen Anführer wie Cotun Kahn tragen muss, gar nicht vorstellen. In einem Akt äußerster Barbarei hat der Geist die Männer des Kals in Burg Shimura vergiftet. Doch anstatt den Kahn abzuschrecken, hat ihn das lediglich dazu gebracht, dieses Gift für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Er sagte mir, dass dies eines der Geheimnisse für den Erfolg des Reichs sei. Die Macht und das Wissen seiner Widersacher anzunehmen, anstatt sie abzulehnen oder zu beherrschen. Dann sah ich gestern, was er den Leuten von Kien angetan hatte. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals von diesem Anblick erholen werde. Ich weiß nicht, was ich von Coton halte. Vielleicht haben alle großen Männer auch die Charakteristiken ihrer Untergebenen nur stärker. Große Weisheit, aber noch größere Grausamkeit. Hört, hört.